Meine Damen und Herren, vor den digitalen Empfangsgeräten. Diese Woche gibt es kein Neo Magazin Royale, sondern eine Show, für die es sich wirklich lohnt, ausnahmsweise bei den Fernseher einzuschalten oder meinetwegen auch in die Mediathek zu gehen. Diese Woche, lasst dich überwachen, die Prism is a Dancer Show, meine Damen und Herren. Und das sind die Kandidaten. 199 Opfer alias Hauptdarsteller. Diese Woche, diese Woche. 90 Minuten lang, extra lang, extra gut. Es lohnt sich einzuschalten, auch weil wir die einzige Sendung sind mit einem Waffenschein-pflichtigen T-Shirt-Abschießer von der Firma Heckler & Koch in Zusammenarbeit mit Kraus-Maffei-Wegmann und Benetton. Das ist das erste Joint Venture dieser beiden drei Firmen. Ein T-Shirt-Abschießer in Kooperation von Kraus-Maffei-Wegmann, Heckler & Koch und Benetton. Max, gib Gas in die Optik. Komm, baller. Das soll gar nichts. Das wird noch besser, diese Woche. Schalten Sie ein. Applaus Vielen Dank.